Die A3 steht wieder vor der Nase, da werden ja allgemein die Spiele erstmalig angekündigt, ein paar Spiele bekommen genauere Infos und genauere Infos soll es dann auch zu The Division 2 geben, aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 24. Kalenderwoche. Welche neuen Spiele werden wir zu Gesicht bekommen und welche neuen Informationen bekommen wir zu gewissen Spielen, die soweit schon bekannt sind? Das ist mal wieder die entscheidende Frage, oder das sind die entscheidenden Fragen bei der E3. Ich hoffe ja bei The Division 2, dass sie einfach im Grunde zwei Punkte angehen. Das sind meine persönlichen Wünsche. Einerseits sollten sie PvP und PvE strikt voneinander trennen, das war ja ein Problem beim ersten Teil, wenn ich mir die KI so anschaue, also die Kampagne und den Mehrspieler-Modus einfach voneinander trennen. Wenn ich mir eben da die KI anschaue, die da teilweise ganz schöne Aussätze hat oder wenn eben gerade mal die Anbindung zu den Servern nicht so gut ist, dann kann das mit der KI schon ganz schön ausarten. Das habe ich bei der Beta erlebt und dann auch später im fertigen Spiel, dass dann einfach zum Beispiel, dass ich zum Beispiel auf die Gegner schieße und dann passiert da sieben Sekunden lang nichts und dann wird geschossen oder ich schieße aber es kommt bei denen nichts an und das ist wirklich sehr frustrierend und absolut vermeidbar. Also sie hätten ja schon im ersten Teil, wie ich finde, ganz einfach PvP und PvE voneinander trennen können. Die Dark Zone hätte man ja auch mit einer kleinen Ladezeit verbinden können. Eine kleine Ladezeit ist ja im Grunde sowieso vorhanden. Wenn man das Ding eingangs betritt bei der ersten Tür, dann kommt man ja erstmal in diesen Korridor, in diesen Schlauch und währenddessen kann er ja im Grunde den Mehrspieler-Modus laden. Wenn man dann zur Tür rausgeht, muss alles da sein. Ja, so zum Beispiel. Ob das wirklich gemacht wird, ob die das voneinander trennen, glaube ich eher weniger. Ich glaube eher sogar, dass sie beides mehr miteinander vermischen wollen. Das fände ich aber blöd, weil die KI war schon teilweise sehr blöd und wenn das Spiel einfach nicht zu spielen ist, wenn die Server gerade nicht da sind, also bei einer Kampagne, finde ich es absoluter Blödsinn. Das fand ich schon beim 2015er Need for Speed so. Das ist einfach sehr frustrierend. Du willst das Spiel spielen und die KI geht nicht, weil sie über die Server kommt. Nee, das muss nicht sein. Und andererseits hoffe ich, dass sie bei The Division 2 mehr aus der Stadt daraus holen. Also, die war ja wirklich beeindruckend. Das verschneite New York. Ob es wieder verschneit wird, weiß man noch nicht. Ich hoffe, ja, ja, weil es, wie ich finde, einfach viel zu wenig Städte im Schnee gibt. Aber da bin ich relativ offen. Am liebsten wieder um die Weihnachtszeit im Schnee. Aber was sie bitte machen sollten, mehr aus der Stadt herausholen. Das war für mich ein Knackpunkt. Also, die Spielwelt war sehr atmosphärisch, aber man hätte da viel mehr Geschichten erzählen können. Es könnte vielleicht schwierig werden, wenn sie dann wieder den Einzelspieler und den Mehrspieler, also PvE und PvP, mehr miteinander vermischen, dass das wieder weniger möglich ist. Aber das sind wirklich zwei Dinge, die ich mir für The Division 2 wünsche. Und da bin ich einfach mal gespannt, was wird jetzt die Tage dann gesagt werden und letztendlich, wie wird das dann im Spiel umgesetzt werden? Fragen über Fragen zu diversen Spielen. Bin noch mal gespannt, ob es Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 gibt. Kurz nach der E3 soll ja auch der erste Story-DLC zu Kingdom Come Deliverance rauskommen. Also, es gibt bestimmt wieder ganz, ganz viele Spiele. Die Spieleliste wird dann wieder länger werden. Und ich wünsche euch erst einmal für die nächste Woche wieder viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.